SADAME HELL SADAME HELL Der war gar nicht mal schlecht Da kann ich daran erinnern ich mich noch Ja ich hab jetzt wieder einmal eine kleine Pause gemacht Aber naja das hält uns nicht davon ab jetzt hier weiter zu machen Genau wir sollen jetzt den bösen Tenrai vernichten Und alle unsere Stealthkills nutzen Und ja wie gesagt War etwas länger nicht mehr da Ich hab wie gesagt privat Oh Privat sehr viel zu tun Also das ist schon echt wow Also da gehen Sachen kaputt bei uns Also Möbel und so Die muss man dann neu aufbauen und so ein Schrott Also ja Wie gesagt habt ein bisschen Nachsicht Dass die Parts jetzt vielleicht Nicht so schnell hochkommen Wie ihr euch das Vielleicht wünscht Ah hier ist gar nichts okay Aber ja was soll ich machen Ich bin ja auch nur ein Mensch ne Hier ist gar nichts okay Dann gehen wir mal direkt mal hier rein So Genau das Level hatten wir ja mit Rikimaru auch Die Richtung ist einer irgendwo Da unten Da unten Ist der unten Ich hab nämlich zum Glück wieder endlich mal seit langem mal wieder ein Blasrohr Und einen Giftreis Ah okay Da ist einer Ja So Frage ist jetzt Auf der anderen Seite noch einer Weil das ist ja hier sehr tricky gemacht Ich würde sagen Ich schmeiße den Giftreis mal dahin Damit er jetzt nämlich genau voll fokussiert dahin geht Da ist noch einer Da ist noch einer irgendwo Nee Huh Hau ab Hau ab Hau ab Ah ja brechen das ab Ich hab's irgendwie abgebrochen Hä Wohn Das flieb Das ist Ah Eine sehr geile informationen man kann die kill-szenen abbrechen mit wenn man irgendeine taste drückt okay so der war ja hier da ist er doch ha ha entdeckt jetzt die leiche nein tut er nicht alles klar ja dann geht es mal weiter hier und weg mit der session hat sagt geil ach wie habe ich das erwischt so ich schaue einmal noch mal kurz gerade ob der auch auf und jawohl das sieht gut aus alles klar dann kann es mal weitergehen so wie gesagt wieder hier nach arbeit und ja endlich mal ein bisschen ein bisschen zeit zwischendrin ein heiltrank sehr schön ach ja stimmt die geile mucke die indienmucke ja ja ich verstehe schon so geht es mal weiter hier so frage ist jetzt wo ist der und hier hinter der wand alles klar ich verstehe ich habe ein bisschen schiss hier so ok immer hier hoch das blaster hebe ich mir nach auf da ist er doch so macht eine hampelein wenn du dich rumdrehst bist du fällig genauso und zack jawohl sehr schön ja dieses level habe ich die also den ersten teil habe ich noch ziemlich einfach in erinnerung von rikimaru noch habe ich glaube ich mit ihm sogar großmeister geschafft das müssen wir hier mal gucken ob wir das jetzt hinkriegen sooo ja wie gesagt wieder schön hier tankshu spielen ach ich freue mich so ja wie gesagt also es ist schon da es ist ey nein hau ab es ist schon blöd wenn man fast keine zeit hat privat oh jetzt mach doch hä was macht der denn ist der blöd ich kille den gleich mit dem blasrohr weg oder ja das wird mir zu blöd kille den mit dem blasrohr weg wenn da so eine komische route geht so lieber das blasrohr hier nutzen anstatt das nicht zu nutzen und aber dann entdeckt zu werden so hier oder hinten ist ein wolf den habe ich schon gesehen oder nee das ist so ein ah nee das ist so ein zombie da unten ist noch ein gegner hier rechts glaube ich auch noch einer hier war zumindest bei rikimaru einer hier rechts so dann muss ich jetzt erstmal gucken wie ich das da hinten mache kann ich den anderen typen da killen das ist jetzt die frage kann ich den killen in die richtung ist nämlich da da ist nämlich auch noch einer seht ihr den da so ah ok die können ein bisschen weiter gucken das finde ich doch sehr interessant ok er dreht sich da hin eigentlich so geh runter ja sehr schön ok ok boah geil geh hier hin oh gott so krass hier so jetzt spring hoch und kill ihn bäh ist weg mit dir das war doch mal geil ja hübscher ja da oben habe ich ein item drauf gesehen ja da ist ein item und was ist das sehr geil ninja wiedergeburt alles klar so den 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 diese mucke alter so jetzt wasser ok verstehe nicht rein gehen ok ja finde ich gut von der kamera dass sie da automatisch runter guckt aber ich muss da rüber moment was was wie habe ich denn entdeckt fast hä das verstehe ich jetzt nicht egal so weiter geht's da hinten ist auch noch einer drauf oder was in die richtung da muss ich auch gleich eh hin aber ich will noch diese typen dahinten killen und ich muss jetzt mal überlegen kriege ich den mit einem normalen schwert dahinten ich muss es zur not probieren ne wo ist der andere da unten ok ah das ist der der mich fast sieht hier ah geh weg ich weiß nicht ob ich den killen kann so der macht da hampelein soll ich jetzt hinlaufen ich lauf hin und den kann ich nicht killen fuck egal renn weg renn weg fuck scheiße geh hoch hier ah den kann ich nicht killen ok ok dann weiß ich das ja jetzt hau ab man alter geh mir nicht so auf den Sack Junge so ok die kann ich nicht killen ok verarsche so egal äh einmal entdeckt ist nicht schlimm so weiter geht's es ist ja nicht es ist ja nicht unmöglich ne es wird ja nur schwerer dadurch ich mit großmeister so so dann mach du mal deine hampelein da und weg mit dir so die kann ich aber killen ja genau frage ist ist da bei dem noch was na ich will es nicht wissen ich geh jetzt einfach mal hier durch kein bock nochmal entdeckt zu werden das war schon scheiße genug weil ich halt ausprobieren musste ob die ob ich die kill kann ja wie gesagt freut mich dass ihr wieder dabei seid dein ist doch direkt der nächste ah jetzt geht es mit denen los ich verstehe mit den weißen Typen naja ok so kommt wieder hier hin kommt hier runter oder was ne ok egal da 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 so er geht wieder dahin und yes sehr schön so zack ah ah wir sind schon ziemlich weit bei den Zeichen hm da ist nichts mehr da ist nichts ne also ich hab ja mal geguckt ob es irgendwo ein Item gibt aber es gibt es leider keins hehehe so hier sind bestimmt Fallen oder so ey oder oder oh mein Gott ah da ok alles klar ok sehr schön geil ha bäms voll in die Fresse das Schwert so muss das sein ja wie gesagt ich glaube echt äh vorletztes oder drittletztes Level so vor denen da drinnen hab ich zur Not mal ein Giftreis ausgerüstet es sei denn er geht weg dann kann man das auch so machen genau geil sehr schön zack ach ist das stylisch gerade haha so ich muss halt nur gucken dass den da keiner entdeckt ja ähm der Inkubus hat mich gefragt ob das halt geht ne hier mit dem also beziehungsweise er wusste es nicht ob man hier jemanden die Leichen wegziehen kann nein das geht leider nicht glaube ich zumindest äh kann ich da hoch oder was was ist das ne 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 wer ist denn hier hinter alles klar ne das geht hier leider nicht äh das geht aber in vielen anderen Teilen im zweiten selbst im zweiten Teil geht das so was haben wir hier nix ok da muss ich mal gucken so so hier kann ich irgendwie rein so genau und hier muss jetzt irgendwo der Typ sein genau da nein boah boah fast entdeckt hui so da dürfte sich ja jetzt nicht rumdrehen richtig genau sehr schön und die Zeichen voll geil ach das brauche ich jetzt aber auch mal nach den ganzen letzten Parts die alle scheiße waren so was haben wir hier wrath of heaven genau das ist ja der mit äh wo man am Ende einen einen Lebenspunkt hat maneuver press the kreis button ja genau kreis und x danach hat man aber nur noch ein Leben also ich weiß nicht ob das so die gute Takt die gute Sache ist hier so hier war da auch noch einer oder oder ne da ist aber noch ein Heiltrank das sehe ich doch da was ist denn das oder ein anderes Midi Pack ja genau sonst gibt es hier nichts alles klar dann diese Mucke hier so verrückt da wird es so bescheuert bei mir wenn du so eine Bollywood Mucke so zwei Stunden lang hörst wow es sei denn hier gibt es jemanden der steht auf Bollywood dann ok aber ich glaube ich glaube ist in der westlichen Welt eher nicht so der Fall so ist ja noch einer nein ok dann ist das ja einfach einfach gute beobachten so bisschen näher ran ah brauche ich eigentlich gar nicht oder? nö geht doch so ha 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 geil ok sehr ja das wichtigste ist hier glaube ich halt nicht entdeckt werden ne nicht entdeckt werden gibt mehr Punkte als äh gekillte Gegner schon ein bisschen sehr krass hier ah da alles klar und jo genau so schauen wir mal weiter ja heute scheint auch die Sonne nicht so draußen das heißt ich kann mich hier ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren das heißt die Umgebung ist nicht so dunkel ich weiß sie ist schon dunkel aber halt auf meinem Bildschirm nicht ja ich hab ja nämlich so einen großen Fernsehbinnenschirm so wer kommt hier hin so einfach abwarten einfach geduldig sein jetzt nicht wieder hoch gehen oder so ne scheiße Eier haben wir nicht wieder hoch so dann hab ich den auch sehr geil ok zack wieder den Kopf abgedreht joa kann man es auch machen und ja wie gesagt also vielleicht schaffe ich es ja sogar noch hier durchzukommen heute geil eine Rauchbombe oh man oh das ist ja ein Drecksabgrund ich verstehe ne ne dann gehen wir hier weg dann gehen wir lieber hier weg so Frage ist wo muss ich jetzt hin hm nicht in den Abgrund springen das auf keinen Fall ah ich hab hier gehts lang naja oh Gott ich hab so Angst bei diesen Abgründen hier so hier geh ich auf einen zu du lass warte hin was oh scheiße scheiße egal wenn es nur der eine ist wenn es nur der eine ist dann bleibt es dann ist es ja noch nicht so schlimm jetzt geh ich sterben hm so weg mit dir ah den hab ich nicht gesehen wo war denn der den.. Hä wo war denn der war wahrscheinlich dahinten Spasti hä Moment mal in die Richtung ist auch noch was ah ja nioh ok ok dann muss ich mich jetzt noch mehr anstrengen ok zweimal entdeckt Hm, reicht das? Ich glaube schon, oder? Hä? Hier war ich doch schon. Ah, nee, ah, das ist ja so einer. Okay, nee, den kann ich nicht killen. Ah, das hätte ich wissen müssen, ne? Dann hätte ich das richtige, passende Schwert mitgenommen. Daumen ist nichts, ne? Nee, das sah nur so aus, okay. Dann muss ich mich jetzt an dem da vorbeischleichen. Oh, das wird wieder so ein Krabbefehl, ey. Oh, Mann. Das muss doch nicht sein, so was. Wo ist denn der Bauch? Hä? Ah, da kommt er. Oh Gott, sieht der mich hier? Nein, der sieht mich! Oh, Mann! Ich hab mich doch versteckt, du Idiot. Penner. Ach, du Pisser. Alter, nee. Oh, was macht der denn? Mach doch nicht so was mit mir. Oh, Gott. Ah, den kann ich natürlich nicht killen, ist klar. Wenn man Gegner nicht killen kann, ist immer scheiße. Ist immer scheiße. Wenn man sich dann an dem vorbeischleichen muss, ist das noch blöder. Aber kann ich nicht irgendwo da oben lang? Nee, ich muss an dem vorbei. Da bleibt nichts anderes übrig. Ich muss halt an dem vorbei. Die Frage ist, wie soll ich das machen? Nee, das kann ich doch unmöglich bringen, Alter. Wer sieht mich doch hier? Oh, oder auch nicht? Oh, geil. Okay, aber da ist noch einer. Wer ist da? So, Moment mal. Oh, ich hab so Schiss hier, ey. Ich will jetzt nicht mehr entdeckt werden. Wegen meinem schönen Großmeister. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Oh Mann. 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 Und jetzt hab ich wieder was ich dringend vermeiden wollte hier, ey. Mann. 2 Gegner am Arsch hängen, ey. Tch. Mann. Ach. Hau doch ab. Hau doch ab, ey. Fuck. Fuck. Was ist denn der denn? Boah, ist das unfair. Landet der auf einmal vor meiner Fresse? Ja, das schaffe ich doch nicht. Wie soll das gehen? Erst mal ehrlich. Ah, dumme Krüppel hier, ey. Scheiße. Dann mach das so. Oh, Mann. Das ist übernehmbar. Jetzt habe ich es verkarkt. Jetzt habe ich es verkarkt. Leider Gottes. Aber das war doch echt unfair, oder? Nicht, das ist doch, ey. Ich hänge hier am Abgrund, ne? Ah, nee, ich hänge hier nicht am Abgrund. Das heißt, ich kann hier runter. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Schon wieder so einer. Na ja, gut. Aber an dem kann ich vorbei. Das ist kein Problem. Dazu muss ich einfach nur... Richtig. Dazu muss ich einfach nur so machen. Ich fress mal das Medi-Pack. So. Dann muss ich... Ah, da hinten ist ein Haltrank. So, wo ist der Typ? Der geht jetzt gerade, glaube ich, zurück, oder? Jetzt geht er zurück. Alles klar. Ich bin nämlich gierig. Ich hole das Item und gehe direkt weg. Gehe direkt weg. Oh, Mann. Boah. Boah. Wo bin ich jetzt hier? Woanders. Okay, ich verstehe. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Und das macht mich ganz kehre. So. Oh Gott, was ist denn das hier, ey? Was ist das hier? Oh. Oh, Handy, hör mal auf zu vibrieren. Danke. Du nervst gerade. Oh. Ja, schade. Die... Das habe ich jetzt verschissen. Das tut mir leid. Ah, da ist noch einer, ey. Noch einer von der Sorte. Die hasse ich ja ganz besonders. Die hasse ich ja ganz besonders, ne? Wenn man die nicht killen kann. Oh, Mann. Okay. Das war bei Rikimaru besser. Bei Rikimaru konnte ich die killen. Ach, Mensch, verdammt. So, egal. Ich habe grad ganz kurz mal auf meinem Handy gelegen. Wie soll ich denn an ihm vorbeikommen, wenn er sich nicht rumdreht? Ist mal ehrlich. Dreh dich mal bitte rum, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch da links hin, oder? Oh Mann, das geht doch nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich das machen, ey? Das schaffe ich nicht. Wie soll ich an dem bitte vorbei? Wenn der sich nur in zwei Richtungen dreht. An dem soll ich jetzt vorbei, oder was? Ja, ich probiere es halt. Ich probiere es halt. Oh Gott! Es hat geklappt! Was zur Hölle? Okay? Wie geil. Okay. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bin so langsam aber sicher jetzt gleich am Ziel. Oh Gott! Abgründe. Scheiß Abgründe, oder? Ah, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gedacht. Ne, es sind keine Abgründe. Zum Glück nicht, ey. So. Wenn der sich jetzt hier durch die Wand hier entdeckt. So, dann flippe ich aber aus. Ne, alles klar. Wenn er sich rumdreht, dann macht der Hampeleien wieder. Und dann gehe ich hin und kill ihn. Und, los! Los! Ja, sehr schön, okay. Endlich mal wieder ein Stealth Kill, ey. Das war eben echt eine miese Situation. So, egal. Da hinten ist der nächste. Ist hier links irgendwas? Hier links auch noch was? Ne, da komme ich her. Okay. Alles klar. Boah, ja! Alter Schwede! Alter Schwede! Oh Mann, ey. Ich habe gedacht, das wäre ein Abgrund. Das sei es aber bestimmt einer. Hier, das. Diese Wand da. So. Und, lasst mich raten. Ne, perfekt! Okay, geil. Sehr schön. Das ist nicht gut. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und jetzt, dass du es hast, ich habe keine Wahl. Ich muss dich töten. Tatsumaru. Ich bin auf einer Mission. Und du wirst nicht in meinem Weg stehen. Oh Mann, ich habe das... Ich habe das... Ah, ich hätte mich vorbereiten sollen. Okay, dann. Dann machen wir mal so. Nimm mal die Giftschwerter, Janne, bitte. So. Ich bin ja selber vergiftet. Was zum Hölle? So. Oh, wir sind beide. Beide. Ai, 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 okay. Okay. Dann nimm die normalen Winger. Ah, ich kann die wechseln. Alles klar, cool. Korrekt. Hä? Der weiß nicht, wo ich bin. Ha, ha. Oh, ey. Oh. Mit seinen Kickstar. Ah. Das ist scheiße. Sind wir hier bei Tekken oder was? Sind wir hier bei Tekken oder was? Trink. Sehr schön. Oh, ey. Du Wichser. Ah. Ah. Ne. Oh, Mann. Hä? Rauch, Hilfe. Hilfe. Oh, Mann. Ah, was hat die denn gemacht? Shit. Oh, Juhu. Wir sind doch nicht bei Tekken hier. So. Alter. Ich kann den auch nie abwehren irgendwie, ne? So. Egal. Okay. Dann greif mal an. Mach doch nicht. Fähr doch nicht immer alles ab, Mensch. Okay, nö. Ne, kriegst du nicht. So. Egal. Komm. Und, lauf weiter. Und. Ja, das bringt doch nix. Ah, nein, nicht schon wieder. Ah, jetzt bin ich tot. Ich bin tot, aber ich habe ja noch Dings. Linie wieder geboren. Ja. Ich habe ja noch den Baum da, ne? Genau. Das war's mit dir, mein Freund. Das war's mit dir jetzt. Ey. Ey, nee. Alter. Ja, dann nimm deine Giftschwerter und los. Nein. Alter Schwede, ey. Na und? Und zick, zick. Nee. Alter. Nee. Oh, scheiße. Wow. Ich habe noch einmal Linie wieder geboren. Wart alles gut? Äh. Jetzt treff den doch einmal wenigstens. Ich treff den nicht. Jetzt treff ihn. Ey. Jetzt. Er wird alles ab. Nein. Vergiss es, Junge. Boah. Ey. So. Moment mal. Nee, 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 nee. Vergiss es. Ich treff den nicht. Warum treff ich den nicht? Jetzt aber. Komm, treff ihn. Ja, ja. Das war's. Das war's. So. Dazu Maru. Okay. So. So. You have learned much, Ayame. Ah. Tatsumaru. I thought Junrei had turned to you. Forget about me. You have a job to do. But I have so much to tell you. I'll be back. Boah. Das ist ganz schön. Ja. Oh. Aha. Das ist nicht gut. Warum nicht? Was ist los? Oh, und jetzt bin ich mal gespannt. Ah, wieder zu wenig. Wieder zu wenig. Fuck. Weil ich auch irgendwie wieder 16 Mal entdeckt wurde. Was nicht stimmt einfach. Ich wurde vielleicht 10 Mal entdeckt. Ah. Egal. Ja. Na gut. 300 Punkte. Ja, ist egal. Ich dachte, das wäre eigentlich ganz gut geworden. Aber halt wegen diesen zwei Situationen da. Wegen zwei Situationen. Na, was soll ich machen? Das ist halt, ja. Na ja. Wie gesagt. Ich habe nach wie vor ein Glasrohr und einmal Giftreis. Beim nächsten Mal werde ich auch wieder hier dieses... Wo war der? Mit zu wenig. Ne, wo war der? Ah, da habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Schade. Den Explosivfeil werde ich beim nächsten Mal mitnehmen. Ja, egal. Äh, Freunde. Ich würde sagen, das war doch ein sehr interessanter Kampf. Und ja, den... Ja, ich komme gleich. Nein, Spaß. Äh, und den zweiten Teil dieses Levels, wie wir endlich Tenrei, ähm... Ja, besiegen. Würde ich sagen, sehen wir jetzt bei der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich speichere das jetzt erstmal ab. So, genau. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.